Wir machen hier Modeaufnahmen für den Frühjahrskatalog eines Versandhauses. Fotos in freier Natur und mit normaler Freizeit- und Geschäftsbekleidung. Allerdings haben wir die freie Natur ein bisschen präpariert. Diese Grube wird mit 5 Tonnen unserer Spezialpampe gefüllt. Die trägt einen Menschen, wenn er schnell drüber läuft, aber wenn er stehen bleibt, dann passiert das. Und jetzt das Ganze noch ein bisschen verstecken und schon können Models und Spaziergänger kommen. Unsere angeblichen Modeaufnahmen finden übrigens 100 Meter weiter im Wald statt. Aber so weit muss man erst mal kommen. Ach, ey, shit. Wie kommen Sie da runter? Ich verstehe das gerade nicht. Wie? Ich wollte einen Spaziergang da drauf machen. Das darf aber nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Können Sie mir bitte mal erklären, warum die Jogger laufen da? Ja, möchte ich auch wissen. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Splish splash, I was taking a bear It's long about a Saturday night Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah. Splish splash Einlach Haben Sie in Absaka zu viel getrunken? äche Umweg bleiben, ja? Das ist fies. Was hätte ich denn sein? Können Sie sehen, dass ich da reinlaufe? Ich habe gerade meinen Apfel gegessen. Ich komme nicht mehr raus. Boah! Wie denn da? Ja, wo steht da, dass man nicht da reingehen darf? Ja, nirgendwo. Den Weg bleiben, bin ich doch geblieben. Was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir einen schlechten Eindruck. Wahnsinn! Wahnsinn! Sie sind irgendwie vom rechten Wege abgekommen. Sie sind ziemlich tief gesunken, muss ich sagen. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Oh Gott, was ist jetzt passiert? Es ist wirklich tief coast ANScyx-SCH � oppression. Ich gehe mit Gott. Bitte sehr schön. Ich werde ein bisschen nicht verliegen. Ich werde ein bisschen nie vollziehen können. Ah Ah! Man… Warum sind sie richtig... Herzlich willkommen … in der fernsehsendung verstehen die spaß